Ich nehme Uma mit mir. Es gibt keinen. Hauptmann Ardal hat gesagt, ich darf. Bring's ihn aber zurück, oder? Wäre schrecklich langweilig ohne ihn. Mach dich über was anderes lustig. Keine Ahnung. Fang ein paar Frösche und schieb ihnen Strohhalme in den Arsch. Hä? Ist das eines eurer Hexerspiele? Die Hexer-Version ist anders. Zwing mich nicht, sie dir zu zeigen. Mach die Tür auf. Sofort.